herzlich willkommen zu einer neuen folge von gta online heute meine crew sitzung muss erstmal wieder musik ausmachen wie gesagt ihr könnt gerne im social club beitreten weil ich mache auch irgendwann mal so crew treffen ja tuning treffs und sowas wo ihr immer auch dabei sein könnt wenn ihr wollt diese folge wollte ich mal die neuen monster truck zeigen wie gesagt geht online kommt ab sofort jeden zweiten tag also abwechselnd mit gta 5 guck da ist schon der gute stück die Das mit den Autos macht Spaß hier. Weil du fast überleden Bordestein kannst, als du hier drüben erfahren kannst. Die Kuh heißt GTA Online Next. Ich pack noch einen link in der Beschreibung dazu. Zu der Kuh. Die 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 Kuh. Ich zieh dir mal voran Alter das ist doch schwer So das war eine kleine Mikrofolge also ich wollte euch hauptsächlich den neuen Monstertag zeigen Also ich wollte mal sagen tschüss bis zur nächsten Folge von Geeta Online Bis zum nächsten Mal